Sich segnen lassen von Gott heißt für mich, sich auf die Sonnenbank Gottes setzen und sich wärmen und aufladen lassen. Das ist ein Zitat von Gotthard Fuchs, das mir sehr viel sagt. Ander segnen heißt, sie die Berührung Gottes spüren lassen und zu ihnen Gutes sagen und über sie Gutes sagen.